Ich bin Alicia und ich bin Elfi. Ich bin Johanna und ich bin auch Elfi. Und wir sagen euch jetzt, wie der Ablauf des Corona-Tests geht. Ganz am Anfang bekommen wir Creme auf beiden Seiten bei diesen blauen Seelen. Mit Creme und da drüber kommt ein Pflaster. Damit es dann halt nicht so weh macht beim Stich. Zuerst muss man in so einen Behälter spucken. Und die testen das dann. Und es muss zweimal reingespuckt werden. Einfach genug gespuckt. Und dann muss man auf so eine Matte legen und sie nehmen sich den Blut weg. Und dann bekommen wir am Schluss noch ein Pflaster über. Ein Virus. Ähm. Was ist das? Nein. Ähm. 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 Krankheit. Nein. Nein. Es ist. Der steckt uns alle an. Ja. Und. Und. Ja. Der macht das mit Schnupfen. Und. Es gibt ganz viele. Ja. 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 Ich glaube wie. Ja. 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 Paara